Yo, peace, what up? Was geht? Leute, herzlich willkommen hier bei 2LetsDo, dem Kanal von Puschen. Ibuah! Nochmal, das ist zu schwul. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin der Sascha. Und ich bin der Puschen. Und gemeinsam sind wir 2LetsDo. Ja, und was tun wir, bzw. let's doon wir? Ja, wir kümmern uns hauptsächlich, bzw. wir spielen gerne Videospiele. Und dabei spielen wir nicht immer miteinander, sondern auch sehr gerne einfach mal gegeneinander, ne Sascha? Ja, also wir spielen miteinander, füreinander, gegeneinander und öfter mal auch nebeneinander. Je nachdem, ja, also meistens auf der Couch nebeneinander, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, ja, wir spielen, ob es jetzt Xbox, Wii oder Super Nintendo ist, alles querbeet. Manchmal eher so Let's Play-mäßig, manchmal Battle-mäßig. Das können manchmal längere Videos sein, manchmal kürzere Videos. Oder mal keine Videos. Oder mal gar keine Videos. Wegen den Gameboy vergessen. Wegen Gameboy, ja, den Gameboy, da überlegen wir uns gerade noch eine hochmoderne Technik, den abzugreifen. Ja, aktuell ist ja die Handykamera ganz weit vorne. Naja, jedenfalls, wir hoffen, dass euch, wie ihr vielleicht auch hinten sehen könnt, falls ihr das sehen könnt, weil wir sehen ja nur grün gerade. Aber egal, dass euch das, was ihr hier erwarten könnt, gefällt. Und dann freuen wir uns natürlich über Abonnements und Likes und Favorisierungen oder wie das heißt. Und Kommentierungen und alle möglichen Spielereien hier auf YouTube und sonstigem Gedöns. Insofern, ja, freuen wir uns und hoffen, dass es euch alle gefällt. Ja, das war's, ne? Hast du noch was zu sagen, Sascha? Ne, aber lass uns mal so richtig schwul High Five machen. Yeah! 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 Ja, tschüss, okay.